Der Tscheche, der Schwerzug, und das glaube ich nicht ganz zu Unrecht darüber, dass der Chinese mit einem unzulässigen Belag spielt. Man sieht es sogar von Weitem, dass da eine sehr große Anzahl von Motten fehlt. Das wäre natürlich ein Grund für den Schiedsrichter einzugreifen. Es fehlen deutlich so viele Noppen, der ist nicht mehr regulär. Der Belag ist nicht regulär, da fehlen deutlich Noppen, das sieht man von Weitem. Schauen Sie mal den Belag an. Das ist ein völlig irregulärer Belag, das sieht man von Weitem. Obwohl sich der Tscheche schon von Anfang des Spiels her beschwert, sieht der Oberschiedsrichter keinen Grund, hier einzugreifen. Das ist schon eine sehr bedenkliche Geschichte. Ich meine, wir spielen hier Regionalliga gegen 2. Bündnisliga, es geht um wahres Geld. Und der Schiedsrichter ist nicht einmal für nötig, auf Bitten des Spielers den Belag zu inspizieren. Das ist auf jeden Fall irregulär, denn wenn der Spieler ihn bittet, den Schläger anzuschauen, dann hat er das Gefälligste zu tun. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.